So, dann wollen wir mal weiter gucken, ob hier noch irgendwo, ach nö, achso, das war der Gefangene muss leiden. Ja, das muss er wirklich. Aber eigentlich wollten wir jetzt, nachdem wir schon so viele Würmer umgebaut haben, gucken, ob da rechts hier rum irgendwas aufgegangen ist, wo die Würmer hergekommen sind. Und? Nö, anscheinend nicht. Also sind sie doch einfach so gespawnt, was ganz schön hinterhältig ist. Aber na gut. So, das heißt, wenn wir jetzt hier lang gehen, spawnen wahrscheinlich hinter uns auch wieder welche und wir könnten wieder jämmerlich hier in der Ecke wie vorletztes Mal sterben. Das wäre nicht so toll. Also machen wir was. Wir gehen jetzt vorwärts, bringen die Würmer um und falls hinter uns irgendwas spawnt, laufen einfach vorwärts weiter und gehen die Treppe runter. Ja, Flucht nach vorne klingt ganz okay. Und wir benutzen das Horn, um die Würmer vor uns herzutreiben. Da ist die Treppe runter. Da ist der Wurm und flieh. Wir schlagen hier drücken. Oh, deinem Kumpel nicht unbedingt. So, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich schon mal runterfliehen. Aber nein, wir wollen möglichst viele Würmer mitnehmen in den Tod. Ich hoffe einfach mal, dass die Giftbolzen auch Schaden machen, wenn sie nicht direkt den Wurm treffen. So, schnell in die Seite und du stehst falsch. Genau. Danke, dass du dich gedreht hast, Wurm. Das war sehr sozial von dir. Liegt irgendwas zwischen deinen Teilen? Nein. Gut. Und jetzt sind da irgendwie gar keine gespawnt. Was drücke ich da komisch rum? Aber das ist irgendwie komisch. Also vielleicht sind wir einfach das erste Mal zu weit nach vorne gelaufen, haben die Würmer rechts ignoriert, warum auch immer. Und dann sind die uns in den Rücken gefallen. Das heißt, so hinterhältig ist die Ebene hier gar nicht. Aber gut. Sag mal ein bisschen was ein. Gucken, ob wir es gleich verdauen können. Ja, ein bisschen Platz ist immer. Vor allem so viel bringen die Wurmhälften auch gar nicht. Ah, können wir ein bisschen mehr einsammeln. Das könnte natürlich auch sein. Also es kam mir vor, als wenn in dieser Spielversion, also Return to Chaos, das Essen nicht so schnell runtergeht. Also die Essensanzeige, wenn man schläft. Das könnten sie aber kompensiert haben, dadurch, dass das Essen allgemein nicht mehr so viel bringt. So, du bist bis zum Platzen voll und du... Ah, hier ist noch ein leerer Magen. Schön, schön, schön. Du kannst schön Wurmstücken vom Boden aufheben und dir reinpfeifen. Hier müssten eigentlich auch noch... Ja, schön, schön. Für dich und für dich und für dich. Und schon muss er auch voll. Oh, haben wir letztes Mal das Wasser aufgefüllt? Ja, haben wir. Gut, gut. Dann sind wir gut vorbereitet. Okay, das machen. Da sieht ein bisschen mau aus. Aber einen Blick können wir immer runter riskieren. Hier ist schon mal Wasser. Gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck. Gluck, 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 gluck. Gluck, gluck, gluck. Gluck, 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 gluck. Dum, dum, dum. Ein langer Gang. Noch ein langer Gang. Und Pilze. Da können wir unsere Kämpfer einfach schön trainieren. Und das Horn können wir eigentlich auch ersetzen. Nabi steht links. Keine Munition. Ja, mit einer Flasche zu schießen wäre ein bisschen komisch. So, noch mehr Essen. Und noch eine Treppe hoch. Okay. Gucken wir mal kurz die Treppe hoch, was da ist. Das irritiert mich jetzt ein wenig. Und da ist auch ein Loch im Boden. Das heißt, wir können jetzt hochlaufen und wieder runter springen. Das ist ja genial. Ah, klick. Und ich habe langsam die Übersicht verloren, welche Etage wir sind. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Ähm, hier ist eine offene Tür. Also hier waren wir schon mal. Das ist skurril. Wir waren definitiv hier schon mal. Nur wir lassen so viele Keulen rumliegen. Hm. Also ist das wohl eine Abkür... Oh oh, wo kommt die denn jetzt her? M-M-M-M-M-M-Z soll nicht schmeißen. Gassmann soll schmeißen. Und Nabi steht auch links. So. Also da müsste jetzt eigentlich eben gerade die Wand sein, wo wir den Durchgang gefunden haben. Von unserem kleinen Weg nach oben zu diesem alten geht, wo wir schon mal waren. Und, 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 und. Mana hat er noch. Und er auch noch. Elijah steht rechts. Das ist falsch. Zack. Oh, 50 Schaden. Das sah ganz gut aus. Jetzt müsste er eigentlich gleich drauf gehen. Komm her. Jo. Irgendwas in dir drin? Nö. So, jetzt würde ich auch wirklich gerne gucken, wo der Geheimgang ist, den wir aufgemacht haben. Also, hier haben wir die Wand aufgemacht. Das markieren wir jetzt mal mit einem Stück Pilz da und einem Stück Wurm da. Einfach nur, weil es komisch aussieht. Weil wenn wir gegen Pilze gekämpft hätten, würde nur ein Pilz da liegen. Wenn wir nur gegen Wurm gekämpft hätten, würde nur eine Wurmscheibe da liegen. Aber beides zusammen wäre komisch. Also, ja. Die Tür da, äh, die Wand da haben wir aufgemacht. Hier ist unser Nahrungsraum. Der noch nicht resp... Doch, der gerade respawned ist. Hm. Also haben wir jetzt eine Abkürzung gefunden von unserem... Nahrungsreproduktionsraum zum... Nächsten Untergeschoss. Was ja ganz schick ist. Ich würde jetzt nur gerne wissen, welche Etagen wir überhaupt sind. Damit ich mir im Kopf so eine ungefähre Karte machen kann. Aber ich denke mal, um eine richtige Karte werde ich eh mit der Zeit nicht rumkommen. Also ich werde irgendwann einen Collegeblock zücken müssen und mir nebenbei Notizen machen. Denn, äh, es gibt ja keine Minimap, keine richtige Map und, äh, keine Möglichkeit irgendwie Notizen zu hinterlassen. Also ja. So. Hier geht es jetzt wieder runter in die nächste Etage. Und wir schlafen einfach mal. Zip, zip, zip. Ihr könnt auch Zauber verbreiten, auch wenn ihr nicht so gut seid. Aber hier müsst ihr irgendwie besser werden. So. Nur wo kommt dann der Wurm her? Wenn wir dem ganzen Gebiet schon waren und nur die eine Wand hier aufgegangen ist... Hm. Wow, ist alles Essen. Und Erfahrung. So. Also wieder runter. Dum, dum, dum. Ey, nein. Ah, wo kommst du denn her? Dich kenn ich noch. Du bist ganz, 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 ganz doof. Ähm. Ja, also er ist einmal doof, weil er zaubert. Und er ist andererseits doof, weil er Rüstungen verätzen kann. Also zerstören. Und auch richtig gute Rüstungen kann er zerstören. Also, Giftzauber vorbereiten. Macht er überhaupt Gift... Macht bei dem überhaupt Gift Schaden? Das ist die nächste Frage. Können wir gleich mal testen. Äh. Job. Job. Gift und... Gift. Ja, er kriegt anscheinend Gift Schaden. Das ist gut. Irgendwann ist eine Rüstung kaputt. Ne, aber er ist vergiftet. Ähm, 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 ähm. Lebenspunkte, Lebenspunkte. Lebenspunkte. Und gleich ein bisschen was nachproduzieren. Und gegen Gift haben wir leider noch nicht. So, können gleich auf Vorrat neue machen. Zack, 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 zack. Geht ja flott. So. Schleuder wie in die Hand. Hufala. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die schon so früh kamen. Aber gut. Alles was das Spiel bisschen interessanter macht, ist gut. Gut. So. Also ich bin jetzt von der ersten Treppe links rum gegangen. Nicht geradeaus. Äh, Schatzkammer. Also eigentlich Schatzkammer. Mehrere. Hm. Okay. Fackeln nehmen wir raus, zum Zeichen, dass wir schon mal hier waren. Ähm, ähm, Zauber sollten wir wieder vorbereiten. Und gucken wir mal an Schatzkammer Nummer 1. Das sieht mir nicht aus wie eine Schatzkammer. Äh. Ja, Teleporter-Rätsel. Wer mag sie nicht? Äh, ich glaube ich hole mir jetzt schon mal meinen College-Blog. Obwohl nein, die Folge hat noch 5 Minuten, das kann ich dann machen. Also, die Tür machen wir erstmal kurz wieder zu. Das können wir später machen. Wenn ich gut vorbereitet bin mit Stift und Block. Was haben wir hier? Eine Goldmünze. Goldmünze ist immer gut. Kriegst du. Licht könnten wir auch gebrauchen, das kann man Z machen. So kriegt der ein bisschen Magier-Level. Ups, ups, ups. Ist das jetzt schon Maximum Helligkeit? Ich glaube schon. So, also eine Schatzkammer, in der wir eine Münze finden. Und eine Nische. Testen wir mal. Nö, macht nichts. Also, bei der Tische rechts rum geht's wieder zurück. Und das ist hier viel zu verzweigt. Sackgasse, okay. Oh, was haben wir denn da? Ein Juwel der Zeiten. Und es verändert anscheinend nichts an den Stats. Gucken wir mal ein wenig anders. Also, 3 am Ende, 2 am Ende, Rest 9 am Ende sind seine Stats. 3 am Ende, 2 am Ende, Rest 9 am Ende. Also, wirklich Stärke, Ausweichen, Weißheit, Vitalität usw. verändert er auch nicht. Na gut. Trägt jetzt mal unser ältestes Mitglied. Obwohl, wer von den beiden ist älter? Äh, der mit dem längeren Bart? Okay. Also, Nabi trägt jetzt unser Juwel der Zeiten. Ist bestimmt ein Questgegenstand. So, sonst ist hier... Ah. Sonst ist hier auch irgendwas. Wir wissen nur nicht was. Oh, hier ist noch eine Wand aufgegangen. Die haben wir, glaube ich, gerade gedrückt. Also, wir haben den da gedrückt. Dann ist die Wand hinter uns aufgegangen. Die hier. Dann haben wir den gedrückt. Und wo ist jetzt was aufgegangen? Ist hier noch irgendwo ein kleiner Schalter? Nö. Hm, ich höre schon wieder so ein schleimiges Geräusch. Aber ist ein bisschen weiter weg. Ah. Da ist was aufgegangen. Jetzt ist die Wand hier aufgegangen. Was ist das denn für ein komisches Rätsel? Okay. Wir dürfen jetzt raten, wo eine Wand aufgegangen ist. Also, die hat die aufgemacht. Die hat da hinten was aufgemacht. Das hier ist, glaube ich, jetzt neu. Legen wir mal ein Stück Pilz hin. Das war das letzte. Äh. Den hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Ist jetzt wieder was zugegangen? Ne, das waren die beiden ersten Knöpfe. Ah. Das sieht so aus, als wenn wir das richtig gemacht hätten. Schön, schön. Also, Schaden weg. Boah. Der hat richtig viel Reimer bekommen. Ah. Z. Trink, Trank. Trink, noch einen Trank. So, so, so. Genau. Kommen wir mal raus. Dann bombardieren wir dich gleich und machen einen Schritt nach links. Und das gleiche machen wir nochmal. Zack, zack. Nicht den, den. Äh. Shit. Ja. Oder er macht das Spiel mit uns. Gut. Er ist tot. Gut. Rüstung haben wir alle noch. Schöne Sache. Und dann schauen wir mal, was für ein Secret wir da freigelegt haben. Ich habe eine Waffe gesehen. Ein. Dolch. Äh. Ähm. Okay. Kann der irgendwas besonderes? Er kann geworfen werden. Ähm. Äh. Step ist stechen. Und Slash ist seitlich. Schlagen. So. Also ja. Es scheint ein stinknormaler durch zu sein. Das ist ein komisches Secret. Deswegen klopfe ich jetzt nochmal die Wände ab. Oh. Und die Kettenstiefel hier vielleicht noch. Und die Kettenhose. Hat er schon. Wow. Wir sind schon vollkommen in Kette ausgerüstet. Schöne Sache. Brauchen wir auch nicht. Kettenhemd haben glaube ich jetzt alle. Ähm. Wie machen wir es mit den Magiern? Wollen wir die auch in schwerer Rüstung ausrüsten? Weil dann kann irgendwann keiner mehr was tragen. Ja komm. Und ein Helm. Der sieht besser aus als der da. Also der sieht schützender aus als der da. Und wir sind eh alle überladen. Also sobald wir an eine Stelle kommen. Wo wir öfters wieder hingehen werden. Sollten wir da ein Lager aufschlagen. Und alles unnötig abladen. Und auch eine Menge essen. Also ein, zwei Kisten Essen da lassen. Weil wir sind jetzt durchgehend überladen. Deswegen konnte diese Aktion mit dem hin und her strafen. Und dem Zauberwerfen nicht so gut klappen. Denn äh. Das Monster war wahrscheinlich schneller als wir. Hier. So. Die Schatzkammer hätten wir erledigt. Den Pilz können wir wieder mitnehmen. Ähm. Oder die Schatzkammer ist doch nicht erledigt. Denn hier waren noch mehr Abzweigungen. Aber gut. Dann gucken wir noch ganz kurz hier die Abzweigungen lang. Ein paar Ketten. Und. Ein Tor. Und da sieht man schon den Knopf. Aber gut. Das können wir nächste Folge machen. Jetzt speichern wir das mal ab. LP. 00. Äh. 18 sind wir erst. Nicht 89. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis denne.